hallo und herzlich willkommen im reich der pflanzen im haus heute so die anzucht vom weizengras hat wunderbar funktioniert unter der neuen lampe ich bin richtig begeistert davon also gerne wirklich ein wunderschönes grün komplett grün von unten bis oben auch die stiele jetzt so ein heckzimmer das ganze ist ja hier in der kiste ausgesät also es war so tief drin auch da ganz unten alles kräftig grün also das hat tatsächlich wunderschön funktioniert ich habe heute mal eine neue aussage gemacht die habe ich jetzt allerdings hier nicht drunter stehen die stelle ich hinterher woanders hin um nochmal einen kleinen vergleich zu haben wobei ich demnächst mal gleichzeitig welche aussäen werde damit man das richtig verfolgen kann aber ganz kurz gezeigt ich lasse das ganze noch so ein stück höher wachsen bis hier ungefähr also noch ungefähr fünf zentimeter höher und dann können wir das tatsächlich verfüttern das ganze ist etwa sechs tage her ist eine coole kiste wunderbar funktioniert so aussaaten heute kommen wir zu der gelben tomate wer sich noch daran erinnert vom letzten jahr die sieht jetzt so aus die liegt seit wann liegt die eigentlich rum hier seit oktober november ungefähr und sie ist immer noch knackig da knackig nicht das ist ein bisschen eingeschrumpelt aber sie ist tatsächlich noch gelb geblieben das war für mich auch interessant mitzunehmen dass man die tomaten tatsächlich auch man sich irgendwo hinlegt wo ja keine ahnung wo es klappt das hat jetzt geklappt warum weiß ich jetzt auch woanders mal liegen gehabt dort sind sie braun geworden aber diese ist tatsächlich gelb geblieben ich habe das könnte ich das mal kurz zeigen in solch einen topf habe ich die gelegt da lagen drei oder vier stück drin unten auf dem grund hier ist ja ein bisschen ja luftzirkulation gegeben dadurch dass das hier erhöht ist der boden scheinbar liegt es da noch ein ganzes stand auf dem fußboden auf dem pvc boden also nicht auf dem teppich sondern auf dem kunststoffboden das ist mal interessant mitzunehmen woanders habe ich es hingelegt ihr habt sie ja vorne auf dem tisch liegen gehabt da sind sie momentan die liegen da noch pass mal auf ich zeig es mal eben die sieht jetzt so aus jetzt könnte denken ist eine rote ist keine rote ist auch eine gelbe ist schon interessant mal zu beobachten dass also das kleines bisschen anders gegebenheit eine andere gegebenheit eine kleine und schon sieht das ganze ganz anders aus so wenn aber diese haben nicht zur aussage bringen sondern die von 2017 die habe ich hier drin ja die gelbe und die rote wir hatten ja damals auch eine rote tomate eine kleinwüchsige die hat sich allerdings nicht so geeignet im haus war das nicht so toll ehrlich gesagt weil die wuchs ein bisschen ja überhängt und hast du nicht gesehen hat nicht so gut funktioniert mit der gelbe hat das wunderbar geklappt aber ich werde sie beide zu hause anbringen und ganz einfach gut die kommen dann draußen dieses jahr weil die sind so super lecker und sehen so cool aus es ist schon ein richtig geiler blickfang auch dementsprechend vor allem die werden ja nicht riesengroß so diese höhe ungefähr und da hast du ganz viele tomaten dran das ist mega cool so aussaat wir müssen einen test machen machen wir ja müssen wir wollen ja mal gucken was so geht oder nicht geht wir hatten hier die aussaat von einer chili gemacht das ist die mutan chili wer sich noch daran erinnert die steht hier nämlich im vulcatex substrat und die ist hier drin gekeimt und gewachsen also das hat wunderbar funktioniert und das werden wir heute auch mal mit den tomaten machen im vergleich dazu dann mit kokoserde dass beide varianten machen um das ganze verfolgen zu können wie sich das verhält also ja ich verspreche mir da sehr viel von da ich das ja nun sicherlich schon beobachten konnte oder wir wer dabei war weiß das ja so dann die physales die hat mir in kokoserde ausgesät die werden wir heute pikieren um sie dann weiter wachsen zu lassen damit sie dann mitte mal nach draußen kommen vorher auf keinen fall die mögen es nicht kühl die mögen es richtig kuschelig warm genauso wie die tomaten auch so ok dann würde ich sagen fangen wir mit was an ich würde sagen ich bereite erst mal das vor und dann schauen wir was wir heute so zu gesicht bekommen hier zeige euch mal eben wie der ganze hier ausschaut mit dem anderen licht fangen wir mit der test aussaat an wir haben jetzt einmal ja zeigen wir gleich muss sie mal ein bisschen nass machen schon mal hier kann noch ein kleines bisschen wasser unten drin stehen die behälter sind geschlossen sonst wird das wasser ja rauslaufen keine logischerweise so die kokoserde machen wir noch nicht nass die ist feucht die machen wir gleich nass wenn wir die aussaat gemacht haben als erstes nehmen wir jetzt mal die tomate gelb von 2017 die sind hier in diesen eierdingern drin ja das kann man die ganz gut aufbewahren die sahen drin ich muss jetzt mal gucken dass ich nicht zu viele hier rein bringe möglichst zwei drei müssen wir mal gucken so das waren jetzt fünf lol ok dann schiebe ich die mal ein bisschen auseinander dass sie nicht zu dicht beieinander hocken damit wir die später auch gut pikiert bekommen oder rausgenommen bekommen in dem sinne so das gleiche machen wir jetzt bei den anderen auch jetzt haben wir hier dieses vulkatex substrat ist ja mehr oder weniger gestein die legen wir jetzt auch oben drauf einfach weil das einbuddeln wird jetzt nicht so einfach also hier versuche ich jetzt auch nicht ganz so viele drauf zu machen ich bin nämlich um überlegen ob ich sie dann direkt hier drin weiter kultivieren aber nehmen wir noch einen in die mitte einen in die mitte den wir später dann vielleicht drin lassen so das gleiche mache ich dann jetzt hier noch mal mit dem roten mit den roten tomaten zwergton und hier mit dem salat romana das ist allerdings samen aus eigener ernte so das decken wir ganz leicht ab hier damit die samen kontakt haben zum substrat und nicht oben aufliegen so dann machen wir das mal ein bisschen nass das ganze wird gleich abgedeckt so die samen die wir jetzt auf der kokoserde liegen haben die wir jetzt mal vorsichtig hinein drücken etwa 1 cm und dementsprechend bedecken mit erde übrigens die die eierbäumchen diese lila eierbäumchen die sind noch nicht gekeimt ich habe sie jetzt heute mal auf die heizung gestellt um mal zu gucken ob sie dann dementsprechend noch keimen also das mit dem essstäbchen ist schon genial super so die beiden sind fertig wie gesagt da wird jetzt zugemacht gleich moment halt jetzt habe ich es fast vergessen da sagt dann nachher also schießen wir die natürlich auch an und dann wie gesagt klappen wir dazu machen das fest und dann warten wir dass sie keimen so das werde ich jetzt bei den anderen beiden hier auch noch so machen ich zeige euch mal eben die samen von dem romana salat da bin ich erstmal gespannt drauf wie die sich entwickelt so das sind hier diese puschel wo die samen drin stecken das ganze liegt bei uns im schuppen und da ist es natürlich etwas feuchter als im wohnraum und daher sind die samen nicht herausgefallen die hängen übrigens noch komplett an der pflanze diese samenstände hier im prinzip ich habe sie reingeholt hier im raum und dann hier in die dose gepackt und jetzt kann man tatsächlich einfach die dose verschließen kräftig schütteln und dann fallen die samen heraus zwei samen sind schon drin so jetzt lege ich den dritten samen hier rein ich denke mal drei sollten ausreichend sein vielleicht können wir sie auch hier drin belassen müssen wir mal gucken so auch hier kippen wir jetzt ein bisschen drüber wieder damit sie auch so kontakt haben das sollte ausreichend sein und auch das machen wir jetzt nochmal ein bisschen nass angießen an feuchten in dem sinne und dann klappe zu und abwarten sind wir mal nicht so geizig ich brauche noch ein paar mehr von den tomaten weil sie so lecker sind das andere was wir jetzt gemacht hatten vorhin das waren so mehr oder weniger versuchssachen und jetzt werden wir hier mal eine relativ normale aussage machen so wir haben jetzt eine schale hier sind unten löcher drin und in dieser schale natürlich nicht logischerweise ansonsten wird uns das ganze hier über den tisch laufen ne so dann nehmen wir uns jetzt noch ein paar samen hier heraus ach komm, nehmen wir alle alle ist alle, so lange kann man sie ja doch nicht aufbewahren so, dann verteilen wir die jetzt einfach mal großzügig hier drauf und die können wir dann später auf jeden fall zum pikieren nehmen sobald sie groß genug sind so, jetzt haben wir hier die gelben kennzeichnen werde ich das jetzt gleich noch ist aber denke ich mal nicht zwingend notwendig so, jetzt kommen die roten denn eigentlich müssten sie vom wachstum her unterschiedlich sein aber das können wir dann ja auch sehen so, und tun auf der Hälfte hier mal die roten mal hier schnell kennzeichnen so, jetzt habe ich schon so viel Substrat hier drauf gepackt warte mal so, ein bisschen drüber streuen hier ja das mit dem mineralischen Substrat ist schon für mich jetzt ganz wichtig dass ich das ausprobiere, austeste denn wenn man komplett auf die Erde verzichten würde im Haus ist das natürlich nicht verkehrt so, das war's, ne angießen gut gleich kennzeichnen und das schöne ist jetzt hier in diesem Verfahren so was wir jetzt haben können wir unten immer Wasser drin stehen haben so 1 cm so dass das Substrat oder ausreichend Wasser nach oben saugen kann und dementsprechend können wir das Ganze natürlich beobachten jetzt kommt da noch gar kein Wasser raus hallo jetzt kommt da noch kein Wasser raus na doch, so langsam okay, ich gieße gleich noch ein bisschen rein, dass hier unten 1 cm drin ist und das Ganze wird jetzt natürlich auch abgedeckt noch damit die Samen auf keinen Fall trocken werden jetzt habe ich gerade den passenden nicht hier, warte mal auf demonstrativ kurz gezeigt das kommt dann oben drauf damit das Ganze ein bisschen geschützt ist, nicht austrocknet so schaut's bei uns draußen aus ja, ich bin ganz kurz rausgegangen um euch mal kurz zu zeigen, was ich denn jetzt noch mache ja, so ist das Wetter gerade in Deutschland nicht das beste Tomatenwetter in diesem Beet werden wir dieses Jahr nicht viel mehr reinpflanzen denn was wir hier sehen, das ist über den Winter gewachsen das ist eine Kamillepflanze ich hatte letztes Jahr mal ein paar Samen hier drauf geschmissen als noch die Erbsen drin waren und dann habe ich das irgendwann umgebuddelt nachdem die Erbsen raus waren und die ist tatsächlich gewachsen hier ich sehe gerade hinten, keimt auch noch tatsächlich ein kleines Pflänzchen auch eine Kamille also hier werden wir dieses Jahr nicht viel machen was wir jetzt spaßeshalber einfach mal machen wir werden einfach mal hier die Tomaten vergraben im Prinzip, ne so, ein bisschen Erde drüber bisschen andrücken hier machen wir dann die andere das ist keine rote, das ist auch eine gelbe ja, so ist das, ne so sehen die jetzt aus und mal sehen, was daraus mal wird so, rein mit dir zubuddeln und fertig, ne wer weiß, was es wird aber ich glaube, dieses Jahr wird sowieso kein gutes Tomatenjahr müssen wir mal abwarten also bis jetzt sieht es zumindest nicht so aus aber nun ja, mal gucken, was daraus hier wird ja, auch sowas verrücktes kann man tatsächlich mal machen warum? ja, wir hatten, wer sich daran erinnert bei uns im Garten Wildtomaten und die haben sich letztes Jahr, vom Jahr davor selber ausgesät sind tatsächlich im Laufe des Frühlings gewachsen und wir hatten tatsächlich wieder Wildtomaten dementsprechend dort ernten können wo sie, ja, davor schon gewachsen waren so, und mich interessiert jetzt ob das tatsächlich dann auch mit anderen Tomaten geht jetzt habe ich es einfach mal mit den Zwergtomaten gemacht mit den Gelben, mal gucken, ob das so funktioniert wenn ja, wäre natürlich auch schön sie werden natürlich jetzt noch nicht kalt logischerweise es ist noch viel zu kalt draußen aber sobald es richtig warm wird und das wird dann voraussichtlich in 4, 5, 6 Wochen sein weiß man ja nie genau, wie das Wetter wird von daher, also mit den Tomaten in diesem Jahr ich glaube, das wird nicht so doll aber nun ja, abwarten vielleicht sind wir ja dann dementsprechend im Sommer schon ein bisschen schlauer vielleicht wird der Sommer ja auch wieder bombastisch weiß man also nicht müssen wir mal gucken so, jetzt haben wir ja das mineralische Substrat was wir schon vielfältig verwenden wir machen weiterhin Tests um mal zu gucken, auch hier wie die Pflanzen darin wachsen und sich entwickeln wie das Ganze dann im Umtaufverfahren beziehungsweise im Pekierverfahren abläuft und so weiter und so fort so, jetzt kommen wir natürlich zu einer ganz anderen Sache ja, ganz anders nicht aber der andere wird sich schon Gedanken darüber gemacht haben wie sie das denn aus Kokoserde und dieses mineralische Substrat von Vulcatec zu mischen ja, das werden wir jetzt auch machen und zwar für die Physalis abgewandelt aus den Rosen die ich mir jetzt bestellt habe mal gucken wann die ankommen da bin ich echt gespannt drauf denn das eine Sorte, die liebe ich das ist die Erotica das ist so eine schöne ja, fast schwarz-rote Rose eine Edelrose und sehr stark duftend also die hat tatsächlich den Namen Erotica nicht der Farbe wegen verdienter, sondern auch wegen einem Duft das ist eine wunderschöne Rose und da bin ich so gespannt drauf und da habe ich mir vorab dann jetzt schon mal Gedanken gemacht wie pflanze ich die denn ein die werden voraussichtlich wurzelnackt kommen wo pflanze ich sie ein mit Topf logischerweise bei uns zumindest jetzt aber ich wollte sie jetzt nicht in reine Kokoserde pflanzen sondern auch mit mineralischen Substrat aber nicht nur mineralischen Substrat also werde ich das mischen und das werden wir jetzt heute mit den Physalis auch mal machen um die Erde aufzuwerten dementsprechend die Kokoserde ok, das machen wir jetzt mal gemeinsam yippieyayey da kommst du von eins aufs andere und weiter geht's learning by doing so, die sollen jetzt eingepflanzt werden natürlich nicht hier in die Schale logischerweise pass auf, ich bin ein bisschen vorbereitet schon mit was hier flotter geht so, das sind jetzt 1 Liter 2 Liter Kokoserde und dementsprechend verwende ich jetzt mal einen halben Liter von dem Vulcatec Substrat das Ganze werden wir jetzt mal mischen sollte eigentlich rein theoretisch ausreichend sein hier geht es ja darum, dass wir hier also Mineralstoffe hinein bekommen auch langfristig und von daher ist das natürlich die Körnung schon mal eine coole Sache auch für die Wurzeln später die wachsen wesentlich besser darin weil das Ganze etwas luftiger auch dementsprechend ist ja, also ich glaube das ist okay wie gesagt, learning by doing ist immer das Beste man kann erst darüber nachdenken und dann mischt man das einfach mal und dann fühlt man eigentlich auch schon an der Konsistenz und hast du nicht gesehen ob das so okay ist also das ist gut das ist sehr gut das ist vollkommen ausreichend für die Wurzeln wenn sie hier drin wachsen dass sie also ausreichend Mineralstoffe bekommen denn wir wissen ja im Vulcatec Substrat wachsen viele Pflanzen fast, möchte ich sagen ohne Dünger natürlich nicht ganz aber minimalistisch ne also mit viel weniger Dünger kommen sie tatsächlich in diesem Vulcatec Substrat zurecht zumindest schwach zehrende Pflanzen sagen wir es mal so okay also haben wir das Ganze fertig gemischt und könnt dementsprechend jetzt unsere Physalis pikieren nicht hier in diesem Berg nicht wahr sondern dementsprechend natürlich in Töpfchen okay das ist gut sehr gut nach einer kleinen Pause nach einer kleinen Pause für mich geht es jetzt weiter mit dem Physalis ach das ist so schön anfangs brauchen die so ein bisschen bis sie richtig in Gang kommen das dauert halt ne ist aber nicht so tragisch denke mal das sollte dieses Jahr noch klappen so den Becher brauche ich später nochmal so der Wurzelballen hält so schon mal gut zusammen ich locker das Ganze mal vorsichtig hier und dann ziehen wir uns die Pflänzchen einzeln hier heraus das ist schon cool damit der Kokoselder so ja fluffig ist ne so einfach im Prinzip ne ist auch schon nicht verkehrt ne aber nun ja wir gehen halt mal den einen oder den anderen Weg in der Anzucht um mal zu gucken was alles so möglich ist okay so die mache ich mal just schnell nass hier damit sie nicht vertrocknen und dann pflanzen wir sie jetzt ein dann pikieren wir sie auch sofort hier haben wir die schönen Becher die wir damals geschenkt bekommen haben so dickes Loch in die Mitte denn ja die Wurzeln gehen wahrscheinlich größtenteils mit dort rein das heißt wir müssen sie auch einkürzern denn sie sind auch recht lang die kannst du hier nicht einfach so rein quetschen das sollte man nicht machen ne wir nehmen jetzt ungefähr die Hälfte der Wurzeln hier einfach weg zack einmal abzucken und dann pflanzen wir das Schätzchen dementsprechend jetzt hier hinein das ist ja wesentlich einfacher wir können also wirklich das ganze bis zu den Keimblättern einpflanzen das ist also durchaus möglich denn die Physalis die machen ja auch dementsprechend oberen Bereich neue Wurzeln so siehste wohl ne ist doch gar nicht so schwer gell an diesen ganz klarer Fall versteht sich ja eigentlich von selber ne Loch in die Mitte beherzt mit den Fingern so schau mal jetzt haben wir hier also die Wurzeln haben sich wirklich sehr gut entwickelt muss ich sagen das ist schlecht auf dem Kopf und da fallen die Wurzeln nach oben hello so füllen hier fest zack einmal ab rein die Erde zur Pflanze führen auffüllen ach das ist so genial also da bin ich jetzt mal gespannt drauf wie da tatsächlich in diesem Substrat sich die Pflanzen hier entwickeln ne ok so die andere mache ich dann jetzt im Juste alleine fertig nun haben wir die Physalis nach der Keimung und dem Wachstum dann dementsprechend jetzt pikiert angießen ganz ganz wichtig logischerweise ja also das ist eine mega coole Sache ich hoffe dass es uns doch gelingt dass sie dieses Jahr fruchten aber ich gehe davon aus dass es klappt wenn sie nicht klappen sollte dann werden wir zum Winter hin Stecklinge machen und dementsprechend diese überwintern und können die dann auch wesentlich schneller im Frühling durchstarten so hier haben wir jetzt einen Kandidaten den habe ich jetzt nur in Kokoserde gepflanzt einfach mal ne als Vergleich dass wir das dann auch noch kurz mitnehmen mitgenommen haben in dem Sinne ne ja ist schon eine coole Sache für Salis sind mega lecker die esse ich noch viel lieber als Tomaten ehrlich gesagt außer jetzt diese gelbe diese gelbe diese Zwecktomate oh die ist mega lecker super lecker und mega schick ne so das waren die Beers Dicke glaube ich die hätten auch geschenkt bekommen damals ähm ich bin mal gespannt wie die sich entwickeln bisher sind sie ja relativ kompakt verhalten gewachsen aber es liegt wahrscheinlich auch an der Beleuchtung da oben äh denn da standen sie bisher jetzt würde ich sagen machen wir auch einen kleinen Vergleich äh zwischen dem Licht hier oben ne und dem Licht da vorne in dem Sinne ne dass wir das Wachstum da auch mal beobachten können voraussichtlich so wie es hier scheint bei der Lampe äh die meisten kennen sie ja von euch ne man sieht es aber im Weizengras hier oben ne das ist also dunkelgrün richtig kräftig gewachsen wächst kompakt also schießt nicht so extrem wie wir es bisher hatten bei dem anderen Licht ähm es scheint aber so zu sein dass es für einige Pflanzen zu viel Licht ist das heißt also eigentlich müsste ich die Lampe höher hängen oder die Pflanzen tiefer dementsprechend ne wie gesagt da testen wir noch äh aus auf jeden Fall man sieht es ja hier in dem Grün ne es ist mega cool das ist also der Wahnsinn wesentlich besser gewachsen als jetzt unter der anderen Lampe in dem Sinne aber man muss gucken welche Pflanze das braucht und welche Pflanze eher nicht ne da müssen wir auch aufpassen es gibt die Pflanzen die mögen das vielleicht gar nicht so starkes Licht oder gerade am Anfang jetzt so als Sämling ich meine sie sind ja wirklich nur kompakt richtig kompakt gewachsen äh von daher nun ja das werden wir gemeinsam weiter auf jeden Fall hier beobachten denn das macht ja eigentlich am meisten Spaß ne so siehste wohl ne die Mutant Chili steht hier tatsächlich nur in Vulcatec Substrat also das hat tatsächlich auch funktioniert in dem Sinne aber ich denke mal dass es gemischt mit Erde vielleicht noch besser funktioniert aber weißt du was wir machen einfach ne mach nicht lange lachen weiß Bescheid immer wieder mal ja auf einen anderen Weg weiter gehen um zu gucken wie sich das Ganze dementsprechend so entwickeln kann entwickeln wird so jetzt mal Feierabend weiß Bescheid winke winke bis ganz bald im Reich der Pflanzen in dem Sinne euer Delle Frömmisch viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht hab ich schon lange nicht immer gesagt ne manchmal ist das so ne ähm ich will nach draußen unbedingt oh das ist so ein nicht so schönes Wetter ne ja aber ich will raus ich hab so viel euch draußen zu zeigen wir haben auch viel zu tun gemeinsam draußen dass wir das alles im Laufe des Jahres mitbekommen und hast du nicht gesehen und bei den Tomaten wie gesagt also wie es bis jetzt aussieht wir haben jetzt schon April ja bleibt abzuwarten aber ich gehe fast davon aus dass das kein Tomatenjahr wird dieses Jahr das scheint so zu sein aber wir können ja auch nicht jedes Jahr so einen schönen Sommer haben wie im letzten Jahr obwohl es im letzten Jahr ziemlich extrem war aber trotzdem war es wunderschön ne schade natürlich um die Wäume die kaputt gegangen sind in der Zeit damals jetzt auch noch kaputt ging übrigens müsst ihr mal beobachten also das ist insbesondere mit Fichten kann man das sehr gut sehen jetzt ne bei anderen Bäumen wird es noch ein bisschen dauern bis man da tatsächlich etwas sieht aber komm das ist ein anderer Seite so weißt Bescheid? ok bis später mal so bis später im